Hallo YouTube, mein Name ist Minesifo und herzlich willkommen zurück zu einer etwas andere Folge, kann man sagen. Eigentlich mache ich ja, sag ich mal, Let's Play und so alles hier, so von den Spielen. Ja, wer meinen Kanal, sag ich mal, beobachtet hat, ich habe jetzt seit zwei oder drei Monaten keine Videos gemacht. Das liegt daran, oder es lag daran, dass ich hier sehr viel für die Schule machen musste, wie ZHP und so alles und ja, auch mal einen Abschluss vorbereiten. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, ich bin sozusagen nicht mehr auf der Schule, wo ich jetzt war. Ich habe jetzt mal einen Abschluss und ja, es ist jetzt traurig gewesen und so alles. Es ist dann so, wir haben erst Kirche gehabt, dann ja, Sporthalle und dann noch abends waren wir in so einem Saal. Da haben wir dann gegessen und so alles. Ja, und meine Schulzeit ist leider vorbei. Wenn ihr selber Schüler seid oder so, ich rate euch, egal ob es euer Klassenkameraden sind oder nur Mitschüler, die von anderen Klassen zusammen sind, genießt die Zeit. Baut vielleicht Freundschaften auf, weil nach der Zeit, merkt das jetzt selber, man vermisst die Freunde. Zum Beispiel bei mir ist es so, ja, meine Klasse und ich, wir haben uns jetzt ganz gut verstanden. Wir sind auch ein richtiges Team geworden und so alles und wir konnten uns auch gegenseitig hier, sag ich mal, uns vertrauen. Und jetzt ist leider die Zeit vorbei. Ist leider so sehr, 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 sehr traurig für mich, weil ich würde wirklich hier noch was erleben. Das Einzige, was gemacht wird, sind ja sozusagen Klassentreffen nach zwei, drei Jahren. Das werde ich auch dann sozusagen wieder machen und dabei sein, weil, ja, die Klasse ist ein Teil, die bleibt auch so. Auch wenn wir jetzt, sag ich mal, Beruf machen und so alles. Ich hoffe, es bleibt so, wie es jetzt ist. Und ja, dann sag ich mal, bis dahin, viel Spaß euch noch, lasst ein Like da, ein Abo wendet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, ciao, ciao. Und entschuldigen wegen das kurze Video und wegen dem Format. Das liegt daran, dass ich das jetzt per Handy aufnehme und dann sofort an YouTube hochlade. Und sag ich aber, bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao.